Jo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Jerm Music Award. Wir haben ein neues Video vor euch und zwar ist ein Interview. Wir haben mit Syndicate Music ein Interview geführt, wir haben ihn Fragen gestellt über seine Musik und wie er zu der Musik gekommen ist. Das Interview seht ihr gleich, von daher schreibt unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Dann würden wir noch mehr so Interviews machen mit anderen Musikern. Ja, wir wünschen euch einfach viel Spaß beim Interview, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, herzlich willkommen, ich bin's, euer Syndicate Music und ich freue mich heute bei euch im Interview dabei zu sein. Und zwar habe ich zehn Fragen gestellt bekommen, die ich jetzt nach und nach alle beantworten werde. Und ich werde mal direkt mit der Frage 1 starten. Wie bist du zur Musik gekommen? Ja, zur Musik bin ich eigentlich so gekommen, dass ich vor circa zwei Jahren meine allererste Gitarre bekommen und dann habe ich nebenbei immer ein bisschen Gitarre gespielt und mit der Zeit habe ich einen Gefallenen in der Musik gefunden. Ich wollte dann irgendwann auch eigene Songs schreiben und somit bin ich dann jetzt in dieser Hip-Hop-Rap-Szene gelandet und es macht mir auch tierischen Spaß, diese Musik, sag ich jetzt mal, zu machen, eigene Songs zu schreiben. Das ist das Beste, was es gibt für mich und deswegen bin ich jetzt da, wo ich gelandet bin. Die nächste Frage war, wie würdest du deine Musikrichtung beschreiben? Ich würde sie auf jeden Fall anders beschreiben als andere. Ich sag mal so, die grobe Richtung ist schon Rap und Hip-Hop, aber ich mache da mein eigenes Ding draus. Ich will da niemanden imitieren, niemanden nachmachen und deswegen wird jeder Song, den ich mache, ganz individuell. Der wird genauso, wie ich das haben will und ich versuche da wirklich nichts zu kopieren. Es gibt ja ganz viele Rapper und auch verschiedene Arten von Rappern und Raps, aber ich mache meine eigenen Songs und deswegen wird das genauso, wie ich das immer machen wollte. Die nächste Frage war, was möchtest du mit deiner Musik noch erreichen? Ja, das ist eine sehr schöne Frage und zwar will ich irgendwann das erreichen, dass mich die Leute kennen, dass denen das gefällt, was ich mache, dass sie meine Songs feiern, dass sie mich verfolgen oder so auf YouTube und überall, dass sie wissen, okay, hier ist Syndicate Music, mir gefällt, was er macht. Und das will ich einfach irgendwann erreichen und ich hoffe es einfach so sehr, weil das ist der allergrößte Traum, den ich habe und mal gucken, was vielleicht in Zukunft noch alles geht. Jo, die nächste Frage war, wie kommst du auf deine Songtexte? Ja, auf die Songtexte komme ich eigentlich ganz einfach beziehungsweise auch manchmal unangenehm und zwar schreibe ich immer das auf, was mir im wahren Leben passiert. Sagen wir mal, es gibt irgendwas, was mich total runterzieht, dann schreibe ich das auf oder wenn mich was glücklich macht, dann schreibe ich das auf. Und dann setze ich der Song und der Songtext wie so ein Puzzle zusammen aus tausend Teilen, die ich dann am Ende zusammensitze. Und so kann man eigentlich das beschreiben, wie meine Songtexte hinstehen. Ja, eine weitere Frage war, wen hast du als musikalisches Vorbild? Ja, da gibt es wirklich eine Person und zwar ist es der liebe KF, der macht auch in der Richtung Rap, der schreibt eigene Lieder und der hat es wirklich auf jeden Fall richtig drauf, weil ich bin es auf jeden Fall der Oberhammer, was der in seinem Alter schon alles erreicht hat. Das sollte für jeden ein Vorbild sein, weil es einfach klasse ist, was der schon alles gemacht hat. Der ist, glaube ich, 19 und der hat schon so viel gemacht, das ist echt Wahnsinn. Also das ist mein Vorbild und das ist auch eigentlich mein einziges Vorbild. Die nächste Frage, was sind deine aktuellen drei Lieblingssongs? Ja, ich sage mal so, Lieblingssongs gibt es momentan nicht unbedingt, aber ich höre trotzdem hoch und runter von KF, Ich will raus in die Akustikversion. Dann immer noch von Naughty Boy, La La La, das höre ich auch noch, auch wenn es schon ein bisschen älter ist jetzt. Und so guter Letzt höre ich von den Scorpions Dancing with the Moonlight in der Akustikversion. Das finde ich auch richtig geil, das Lied und das läuft ja auch hoch und runter. Jo, eine weitere Frage war, was erwarte ich von der Teilnahme am Germ Music Award? Ich sage mal so, ich habe nichts zu verlieren, ich bin da mit den Erwartungen gegangen, du kannst nur an Erfahrung gewinnen, vielleicht kommt dir was Gutes bei rum und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie das Ganze ausgehen wird und ob euch das gefällt, was ich mache und von daher freue ich mich auf eure Votes und vielleicht unterstützt ihr mich ja. Und die letzte Frage war, was hältst du von unserem Projekt? Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr geil, dieses Projekt, weil das bietet uns Jugendlichen die Möglichkeit, dass wir uns zeigen können, also nicht nur Jugendlichen, auch ein bisschen Älteren, was wir musikalisch machen. Und ihr gebt euch da wirklich Mühe, dass wir das Beste wirklich herausnehmen können. Ihr habt die Website und die Videos und die Battles, ihr macht das alles wirklich sehr, sehr gut und andere Leute sollten sich von euch eine Scheibe abschneiden, dass es mehr so Projekte gibt. Von daher immer einen Daumen nach oben, habt ihr echt super gemacht und ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass ich da dran teilgenommen habe oder beziehungsweise dran teilnehmen werde. Ich habe das nicht bereut und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Und dann sage ich mal, wir sehen uns spätestens beim Music Award wieder. Ich verabschiede mich schon mal und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mein Name ist Syndicate Music und bis dann.